Stell mal vor, es würde dich auch in den guten Träumen verfolgen. Ich kann nicht mal mehr. Okay, ciao. Was, ciao? Ja, es klappt nicht. Oh mein Gott. Dreckspiel, ey. Danach, ohne Scheiß, fang nicht direkt mit dem Pre-SQL an, sonst... Schmeiß ich, glaube ich, den Rechner noch irgendwo weg oder so. Das würde ich gerne sehen. Hm. Und dann am besten noch drei hinterher. Ach, ist ja abgestürzt. Oh, das hat ja gar nichts gespeichert. Oh, ihr wollt mich doch alle verarschen. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Ja, ja, gut. Ach, der Niko, ey. Ey, ich mach drei Kreuze, weil wir dieses Spiel durch haben. Ernsthaft, drei Kreuze. Das Schlimm ist, es macht mir eigentlich Spaß. Aber einfach... Weiß ich nicht. Ich kann nicht mal zusammenfassen, warum ich da so ein... Gibt wahrscheinlich keinen Grund, ist einfach nur... Weil Open World... Weil es dauert auch so gefühlt, irgendwie einfach alles so lange, geht weg. Die spannende Mission hier wieder. Was war, was mussten wir eigentlich machen? Ja, wir mussten die in... Meinst du jetzt in dem Gebiet im Allgemeinen oder in der Mission? Hier, bei der Mission. Wir sind immer abwechselnd kommen diese Knöpfe, die wir drücken müssen. Ach so. Ich habe einfach alle gedrückt. Ja, und dann labern die halt über... Handsome Jack. Über dein großes Vorbild. Genau. Nächster Knopf. Nächster Knopf. Ah, dieses Spiel. Naja, dauert ja bestimmt noch 20 Stunden oder so. Ich habe den kaputt geboxt. Nice. Oh Gott, warum geht hier alles in die Luft? Ist ja schon wieder einer. Keine Ahnung. Der macht aber nicht so viel. Ich meine, wir alle nix. Nächster Knopf. Spiels doch immer so laut. Das stimmt. Wow. Wenn so toll klingt das jetzt auch nicht. Oh ja. Warum hat denn der nichts gespeichert? So, keine Ahnung, weil er abgestürzt ist. Ist kein Grund. Okay. Warum haben wir eigentlich hier fünf Missionen in dem Gebiet? Vier war zu wenig. Ja, dachte sich das Spiel, glaube ich, auch. Vorarbeiter, Abwurfzone, nachdem raus. Ja. Na, Vorarbeiter ist da Hauptmissionen, oder nicht? Ne, das ist das erledige Jack Stubel. Achso. Na gut. Haben wir die? Die haben wir, ja. Danke für ihren Besuch in der Haare. Ja, danke auch. Diese Steuerzahlung ist der Lohn für ihre ergebenden Treue. Äh. Äh. Ist das hier, Bloodwing? Keine Ahnung. Geht so aus. Fehlt den Kopf. Ja, haben wir den nicht, äh, hat, Dings, den ich, abgeschossen. Den Kopf? Ja. Keine Ahnung. Auer. Auer. Granade ist raus. Nice. Oh Gott. Er ist doch schon tot. Nö. Nö. Alter, ich mach dem voll wenig Damage. Nächste Granade raus. Nee, oh Gott. Hatten wir das Schild, das jetzt immer rum? Oh, war ja. Jeder Schlüssel passt in ein Schloss, Schätzchen. Check die Container. Just eine Sekunde, bitte. Aber nur eine. Ach, ich hab immer nur, ach so. Verschießt 100 Schuss. Auf einmal. 100 Schuss. Was ist überhaupt Munition? Ich kann einmal schießen. Ja. Was ist denn eine Badass-Reparatur-Drohne? Die ist ziemlich krass. Tot. Iridium. 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 Alles für Iridium. Nanananananananananananana. Hä? So. Shit. Krasser Schuss. Und da ist er in der Luft. Aua. Aua. Irgendwas lebt hier aber noch. Ich glaube, der war auch, du. So. Ich hab voll die Frame-Drops. Echt? Kommt das denn? Weiß ich nicht. Gründe. Gründe. Okay. Ich hab den Vorarbeiter schon mal aufgemacht. Das ist gut. Und war geiles drin. Nö. Okay. Ach, die wieder. Okay. Das alte Busenwunder ist immer noch sauer auf mich, was? Ach so. Ne. Nimmst du den Sprengstoff auf? Oh. Ah. Gut. Mein, ich muss erst zu dem Sprengstoff zurück. Ja. Okay, ich glaube, ich bin schneller als du. Einfach weggegangen. Ja. Bin schon runtergesprungen. Ich habe nicht gesehen, dass ich da irgendwas aufnehmen muss. Und dann habe ich nur gehört, dass ich ging um Schwänze. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss weg. Und dann war es wieder voll drin. Ne, das ist auch ein Glück nicht. Ah, habe ich doch Schwänze gehört. Oh ja. Sprengstoff, Schätzchen. Das wird eine Mordsexplosion. Weg hier. Oh. 13 Dollar. Dann nächste Mission. Haben wir ja alle schon mal gemacht. Ja, alle nicht, ne? Eine Väter, glaube ich. Ist das nur bei mir abgestützt oder war es noch bei dir? Ne, war bei beiden. Bei beiden, ne? Ich gehe schon mal ein. Naja. Ich komme nach. Ja. Das war die Nummer. Da ist er. Nummer? Oh. Ich gebe die mit. Ich habe nur die Verfolger ausgeschaltet, die uns wahrscheinlich nicht mal verfolgt hätten. Oh doch. Ich hätte auch gerne so eine. Das ist es nämlich genau das ist. Wo sind die denn hin? Da. Aber da oben ist irgendwo noch einer. Habe ich dich? Der war auch ganz schön lange. Fuß ist ab. Aber man hält. Halber als ich. Was ganz neues in dem Spiel. Ein Bus. Irgendwas. Tut. Du hast einen Bus drauf. Okay sie kommen. Klingt einfach spannende Lektüre. Welche? 101 Wege. Irgendwenn dazu zu bringen seine eigene Scheiße zu fressen. Cool. Hört sich schön. Oh. Was ist das denn hier? Ja. Sprenner. Ich habe auch keine mehr. Ich krieg den Tod. möglich. Explosion. Oh das ist ja noch einer. Baby konstruktor. Süß. Was? Wird. Wo sein? Ich geh da mal. Wie ein Ninja. hier. Das war jetzt schwer zu sagen oder? Wenn man so ein bisschen heiser ist. Ja. Okay. Ich kann auch nicht hoch sprechen oder so. Das ist halt echt. Doof. Ähm. Was? Ähm. Sehr viele Gegner hier. Tja. 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 ist das dubel tot weil wir wahrscheinlich eine startung kaputt machen er warst du bereit und auch kommst du es fühlt sich aber auch nicht an als ob ich sich die fps hätte irgendwie ich bin am boden der 1788 ep geworden das wollte ja nicht alles doppelt ja muss ein bisschen herausfordernder sein aber das ding fährt weg nein das habe ich gebraucht konstruktor erwarten tut der pen aber auch nicht war da ist es bei die lube konstruktor tot also kommt gleich noch ein baby konstruktor hier kommt so ein loader was für ein loader so ein explosiver ich habe keine money mehr für die sniper hier ist noch eine kiste ich habe noch andere munition ja alles gut er ist ja gleich fertig ich weiß jetzt nur nicht ich glaube hier ist eine munition sogar drin ich habe schon mal ein konstruktor tanzen sehen untertan denn das kommt jetzt drücke den anderen knopf um sein riechen spaß für die ganze familie du siehst den auch oder ja ja ok ich hätte kein gewusst was er gemacht hätte wenn wir einfach gegangen wären dann hätte er uns wahrscheinlich angegriffen ach ich glaube nicht ah die köder haben wir aber auch schon gemacht ne ja ist das hier munition die da braucht man davon ist ein automat vielleicht ist das money automat wo ist der ja hier ist ein money automat geworden und ja los 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 los